Schauspielerin vermutlich, das ist das, was ich gelernt habe. Ich habe tatsächlich Lehramt studiert, Deutsch und Englisch und wäre jetzt eigentlich Gymnasiallehrer für Deutsch und Englisch. Aber dieser Kirch ist an mir vorbeigegangen und an den Schülerinnen und Schüler Gott sei Dank auch. Wenn ich nicht Moderator geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich das gemacht, was ich vorher gemacht habe. Also ich habe das Medium Fernsehen entdeckt als Kabelhilfe, ich habe als Cutter gearbeitet, als Redakteur. Also dieses Medium ist einfach mein Medium und wenn ich nicht vor der Kamera gelandet wäre, wäre ich wahrscheinlich hinter der Kamera geblieben, weil Fernsehen ist einfach großartig.